Hey Leute, CrimeX hier und in diesem Video habe ich mal wieder brandneue Infos über das nächste DLC, welches uns erwarten wird. In dem gestrigen Video habe ich ja schon darüber erzählt, dass Rockstar Games indirekt das nächste DLC schon selbst bestätigt hat und dass es dabei eben um Stuntrennen gehen wird, dass man solche Mega-Rampen und sowas eben platzieren kann. Und diese Infos, die hat der Modder Testfans eben schon vor einigen Wochen rausgefunden und diese Info, die ich euch eben in diesem Video jetzt sagen werde, die hat der Modder Testfans eben auch wieder rausgefunden. Heißt, man kann ihm auf jeden Fall vertrauen, es sind wie gesagt nur Leak-Infos, es ist nicht von Rockstar Games bestätigt, aber eben von dem Modder Testfans und er hat eben schon so viele Sachen vorausgesagt, wie zum Beispiel den Schlagring und dann ist er tatsächlich mit dem Ilkorten Games Part 2 Update gekommen oder jetzt eben dieses Stuntrennen, hat er eben auch schon vor einigen Wochen vorausgesagt und jetzt erst Rockstar Games hat sie dann selbst veröffentlicht. Also, ihr merkt schon, man kann dem Modder auf jeden Fall richtig vertrauen und ja, wie gesagt, diese Infos über das nächste DLC kommen eben auch von ihm. Ja, das DLC, welchen Namen wird das DLC tragen? Und zwar wird es wohl ein DLC mit dem Namen Low sein. Was genau, weiß man noch nicht so ganz, aber er hat da eben im Coding von GTA 5 irgendwas mit dem Codenamen Low gefunden. Der Codename Low, das könnte jetzt eben bedeuten, dass es eben um Lowrider geht, also solche Fahrzeuge wie zum Beispiel den Virtue oder sowas, also solche klassischen Lowrider oder es ist eben so das Gegenteil von Highlife, also eben um alles, was günstig ist oder so ein Billig-DLC, sag ich jetzt mal, also mit vielen günstigen Sachen. Weiß man jetzt noch nicht genau, auf jeden Fall irgendwas mit dem Namen Low. Als Beispiel hat er eben noch gebracht, dass bei den Ilkorten Games DLCs, dass da eben der Codename Lux war und bei diesem DLC ist eben der Codename Encoding von GTA 5 Low. Ja, das hat er jetzt schon mal rausgefunden. Heißt, es wird wohl irgendwas günstiges sein oder eben mit Lowrider. Dann hat er eben noch eine Info rausgebracht und zwar scheint es so, dass Rockstar Games eben sich für den DLCs so ein bisschen wiederholt, denn er hat gemerkt, dass die Ilkorten Games Part 1 und 2 DLCs eben so ein bisschen zu dem Highlife-DLC passen, heißt viele teure Fahrzeuge, Luxus-Apartments und generell ziemlich teure Gegenstände. Und jetzt vergleicht er eben dieses Low-Update, welches uns erwarten wird, mit dem Hipster-Update, das wir damals hatten. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall einen ziemlich guten Vergleich ziehen und ich finde diesen Vergleich auch ziemlich berechtigt, denn wenn wir uns mal dieses Hipster-DLC anschauen oder uns so ein bisschen zurückerinnern an das Hipster-DLC, wenn ihr denn da schon GTA 5 gespielt habt, ist schon ein bisschen her, da hat man eben auch ziemlich viele Autos bekommen und diese Autos, die da eben gekommen sind, waren auch alle ziemlich günstig. Es waren eben solche alten Autos aus den 70er-Jahren, solche typischen Hipster-Autos, die man da eben bekommen hat und nicht wirklich teure Supersportwagen, also alles ziemlich günstige Autos. Und er denkt, dass eben dieses Low-DLC, was uns erwarten wird, eben auch in diese Richtung gehen wird, heißt viele Fahrzeuge und eben nur günstige Fahrzeuge. Und da wir gerade auch schon bei den Fahrzeugen sind, hat er eben auch herausgefunden, dass dieses Low-Update zwölf neue Fahrzeuge mit sich bringen wird. Die Fahrzeuge hat er jetzt eben auch schon herausgefunden, jedoch, finde ich, kann man mit diesen zwölf Namen, die er eben herausgefunden hat, noch nicht so wirklich viel anfangen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns diese ganzen Namen mal an. Er hat hier eine komplette Liste von allen zwölf Codings quasi erstellt, also alle zwölf Codings, die er herausgefunden hat, eben dann noch den Namen dazu. Und ja, ich werde euch diese Liste von den ganzen Fahrzeugen jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden und ihr seht schon, das sieht ein bisschen komisch aus. Man hat da Namen wie zum Beispiel Virtue, Shino oder der Slam Band. Das sind alles Fahrzeuge, die wir jetzt schon bereits im Spiel haben oder einmal im Spiel hatten. Und das finde ich doch ziemlich komisch, dass sich das alles so ein bisschen wiederholt und im Prinzip eigentlich nur andere Zahlen hinter diesen Namen geschrieben wurden, wie zum Beispiel Shino 2, Virtue 3, Slam Band 3 und so weiter und so fort. Ich finde, mit diesen Namen kann man leider noch nicht so ganz viel anfangen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da jetzt noch genau auf uns zukommen wird. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, es wird auf jeden Fall ein DLC sein, was so in Richtung Fahrzeuge und Mega-Rampen geht. Denn Rockstar Games hat ja wie schon am Anfang gesagt, selbst schon eben bestätigt, dass es solche Mega-Rampen und Mega-Loopings und sowas geben wird. Und jetzt hat er eben noch herausgefunden, dass es da eben generell so um Low-Sachen geht. Low-Rider heißt viele Fahrzeuge und Rampen. Ich finde, das Ganze passt so ein bisschen zusammen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Schreibt mir dazu natürlich immer eure Meinung unten in die Kommentare, was denkt ihr darüber. Ich denke auf jeden Fall, das wird so der Hauptpunkt des DLCs sein, dass es eben um viele Fahrzeuge und dieses Stuntrennen gehen wird. Wie gesagt, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann brüht jetzt immer auf den Like, wenn einen für einen Grusant-Dizeps. Bis dahin, haut rein, Leute, Feuer Kramix. Bis dahin, haut rein, Leute, Feuer Kramix.